Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüssen zu unserer ersten Online-Predigt 2024. Ich wünsche allen Zuhörern Gottes Segen für dieses angefangene Jahr. Möge das Jahr 2024 dir zum Segen sein. Ich möchte zum Start beten. Treuer Vater, herzlichen Dank für den heutigen Tag. Danke, dass wir dieses Jahr mit dir beginnen dürfen. Im Wissen, du bist bei uns. Du bist mit uns und du segnest uns. Du segnest auch diese Zeit jetzt von dieser Predigt. Wir danken dir dafür. Amen. Ich habe über diese Predigt das Thema gesetzt, Hoffnung für das Jahr 2024. Ich weiss nicht, was wir uns alle für Gedanken gemacht haben für dieses Jahr. Vielleicht haben wir uns Vorsätze gefasst. Ich will meine stille Zeit mit Gott besser durchziehen. Ich will mir mehr Platz dem Reich Gottes geben von meiner Zeit. Oder vielleicht, ich will mir mehr Zeit nehmen für meine Frau, für meinen Mann, für meine Familie. Ich will Gott mehr vertrauen in diesem Jahr. Ich will lernen, ihm gehorsam zu sein. Ich will, ich will. Vielleicht hast du aber auch Angst. Ist Angst und Sorge dein Begleiter am Anfang dieses Jahres. Vielleicht bist du so gestartet in das neue Jahr. Wie geht es mit meiner Gesundheit weiter? Mit meiner Diagnose, die ich bekommen habe? Wie geht es wohl wirtschaftlich? Mit diesen Kriegen und alles, was da auf der Welt geht? Vielleicht ist auch die Angst, genüge ich den Anforderungen, die an mich gestellt werden, in Familie, in Beruf, wo auch immer. Reicht das Geld, wenn es immer teurer wird? Bleibe ich weiter allein? Werde ich etwa einsam? Viele Fragen können uns bewegen in dieser Zeit. Und da ist oft die Frage, ja, was mache ich mit diesen Ängsten? Wenn wir schon das Thema haben, Hoffnung. Oder vielleicht bist du voller Erwartung gestartet in dieses neues Jahr. Ich werde die Schule beenden. Juhui, endlich fertig. Oder ich werde die Autoprüfung machen. Ich werde heiraten dieses Jahr. Ich werde Eltern werden. Und so weiter. Oder so wie ich das sage, ja, ich werde pensioniert in diesem Jahr. Egal, wo du dich gefunden hast in dieser Aufzählung und ob du dich gefunden hast, was ist wirklich deine Hoffnung für das Jahr 2024? Wir wollen miteinander auf Gottes Wort hören. Wir lesen miteinander einen Text aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner grossen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwältlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Dieser Text zeigt uns etwas von der lebendigen Hoffnung. Von der lebendigen Hoffnung, die wir durch die Auferstehung Jesus Christus haben. Diese Hoffnung wurde lebendig, weil Jesus Christus auferstanden ist. Eine lebendige Hoffnung ist nicht eine Hoffnung, die so landläufig, wie man sagt, ja, ich hoffe, morgen ist schön Wetter. Wenn man keine Ahnung hat, vielleicht, ja, hat die Voraussage gesagt, es wäre schön, aber man hofft es wenigstens. Oder man hofft auf dieses und jenes. Hier geht es um eine viel stärkere Hoffnung, nämlich um eine lebendige Hoffnung. Vor kurzem haben wir ja Weihnachten gefeiert, gefeiert die Geburt von Jesus. Und da ist Gottes Sohn auf diese Welt gekommen, als kleines Kind. Er wuchs dann und mit circa 30 Jahren hat er dann seinen Wanderdienst angefangen und ist mit seinen Jüngern durch die Gegend gezogen und hat Jüngerschaft gelebt. Er hat uns Vorbild gezeigt, was es heisst, mit Jesus zu leben, ein Leben mit ihm zu leben. Aber dann kam Karfreitag. Karfreitag, ein Tag, eigentlich ein trauriger Tag. und doch für uns alle, für dich und mich, ein Tag der Hoffnung und ein Tag der Freude. Weil Jesus dort meine und deine Schuld getragen hat, gezahlt hat. Aber ich bin so froh, dass Karfreitag nicht das Ende ist. Sonst hätten wir es mit einem toten Jesus zu tun, mit einem Gott, der nicht lebt. Gott sei Dank, wurde Ostern und es wurde ausgerufen, Jesus lebt. Er lebt. Und diese Auferstehung hat der Hoffnung, unserer Hoffnung das Leben gegeben. Dass wir heute sagen können, wir haben eine lebendige Hoffnung. Er hat uns durch seine Auferstehung ein neues Leben gegeben. Und das bewegt mich immer wieder, wenn ich daran denke, dass jetzt Jesus durch seinen Geist in mir wohnt. Dass ich nicht aus meiner Kraft diesen Tag, dieses Jahr in Angriff mitnehmen muss, sondern dass Jesus in mir lebt und er bei mir ist und er mir die Kraft gibt. Wir haben gelesen im Vers 4, er hat uns zu einem unvergänglichen und unverwältlichen Erbe. Das hat er uns geschenkt. Das wird aufbewahrt im Himmel für uns. also diese lebendige Hoffnung, die geht über unseren Tod weg. Diese lebendige Hoffnung, die endet nicht, wenn wir auf dieser Erde Abschied nehmen, sondern diese Hoffnung geht in die Ewigkeit. Wisst ihr, dort im Himmel, dort bei Jesus, ewig mal bei ihm zu sein, wo kein Leid, keine Not, keine Träne mehr ist. Zukunft. Wir Christen neigen ja oft, in der Vergangenheit zu leben, zurückzudenken, was wir alles erlebt haben. Das ist auch schön als Christ, wenn man erlebt hat, dass Jesus unsere Schuld vergeben hat. Und dann leben wir in Zukunft und freuen uns an der Hoffnung, die wir haben, einmal ewig bei Jesus zu sein. Aber was ist mit der Gegenwart? Was ist mit dem heute, mit diesem Tag, mit diesem Sonntag heute, mit dem ersten Sonntag in diesem Jahr 2024? Habe ich in dieser Gegenwart diese lebendige Hoffnung auch? Wir haben es gelesen miteinander, durch die Auferstehung Jesu Christi hat er uns diese lebendige Hoffnung geschenkt. Und diese Hoffnung lebt jetzt in dir und mir. Jesus lebt durch seinen Geist in mir. Und jetzt verspricht er uns im Vers 5 haben wir gelesen, die er aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Also hier steht nicht jetzt musst du dir Mühe geben, dass du ja keinen Fehler machst. Jetzt musst du schauen, dass du ein richtiger Christ bist. Oder wie mir vor kurzem jemand gesagt hat, ja wenn ich so andere höre, dann denke ich, ja was habe ich, dann habe ich nichts zu suchen. Hier steht Gottes Macht wird uns durch den Glauben bewahren zur Seligkeit. Zur Seligkeit heisst ja mit anderen Worten wird uns so bewahren, dass wir mal für ewig bei ihm sein dürfen, bei ihm in der Herrlichkeit. Also er, die Macht von Gott ist es, der uns bewahrt im 2024. vielleicht fragst du dich, kann mich dann Gottes Macht bewahren? Glaube ich das wirklich? Vielleicht denkst du, ja, früher schon, aber heute, wenn ich so zurückschaue, was ich alles erlebt habe in meinem Leben, ich kann dir versichern, Gottes Wort ist wahr und wenn er sagt, dass seine Macht uns bewahrt, so wollen wir dieser Macht vertrauen. Wir dürfen wissen, dass Gottes Macht die gleiche ist, auch 2024. Ich habe oft schon Christen gefragt, manchmal auch im Gottesdienst schon gefragt, denkt ihr, dass Gott mehr Mühe hat, uns zu bewahren im Jahr 2024 oder im Jahr vorher 2023. Hat er mehr Mühe als vor 50 Jahren, wo vieles vielleicht noch einfacher war, aus unserer Sicht? Nein, es hat mir noch niemand gesagt, dass Gott mehr Mühe hat, weil er sagt, ich bin der gleiche gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und darum möchte ich euch alle ermutigen, wisst ihr, mit dieser Macht zu rechnen im 2024, ob jung oder alt, ob alleine oder Familie, ob vielleicht junge Familie, Kinder da sind, vertraue ihm, er ist, der uns trägt, seine Macht bewahrt uns. Wir haben dann im Vers 6 und 7 gelesen, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, auf das euer Glaube bewahrt und bewährt und viel kostbarer befunden werde, als vergängliches Gold, das das Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehr, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Hier sagt uns die Bibel nicht einen Sonnenjahr voraus. Also die Bibel sagt dir nicht, schau, jetzt bist du 2024 gestartet, jetzt wirst du das ganze Jahr nur Sonnenschein erleben, so auf Wolke 7 getragen. Nein, die Bibel sagt hier, du wirst auch traurig sein, in mancherlei Anfechtung. Also du wirst Verschiedenes erleben in diesem Jahr, aber du bist in Gottes Hand. Und das macht der große Unterschied, das macht die lebendige Hoffnung aus, weil es darum geht, dass dein und mein Glaube bewährt wird. Bewährt wird wie das kostbare Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Also diese Anfechtungen, diese Nöte, die haben einen klaren Sinn. Manchmal hat man ja den Eindruck, wenn man so in einer Not ist, in einer Schwierigkeit, für was ist das wohl gut? Ich habe auch so Zeiten erlebt in meinem Leben, wo ja, die Frage da stand, wieso Gott, wieso lässt du das zu? Wieso jetzt? Das kann doch nicht gut sein. Und wenn man dann ein wenig Abstand hat, später wieder auf diese Zeit zurückschaut, so darf ich sagen, ganz ehrlich bekennen, ich möchte nicht alles, was ich erlebt habe, nochmals erleben. Aber ich möchte nicht, dass ich es nicht erlebt hätte. Wisst ihr, warum? Weil Gottes Liebe durchträgt, weil Gottes Liebe hält, auch in schweren Zeiten. Der Vergleich kann man ja so nehmen, ich habe mal als Landwirt ein Stück Land gekauft und da war noch eine kleine Parzelle Wald drauf und dieser Wald wurde mal angepflanzt und da war der ganze Wald gleich alt. Er wurde in den letzten Jahren nicht mehr gepflegt und so standen die Bäume viel zu dicht. Die Tannen waren viel zu dicht beieinander. Wir haben dann mit den Förster zusammen geschaut, welche Bäume wir da rausnehmen und haben da mehr Licht gebracht, dass diese Bäume wieder wachsen können, die anderen und haben wahrscheinlich circa zwei Drittel der Bäume rausgeschnitten und dann ist etwas passiert. Im nächsten Winter hat es viel Schnee gegeben und diese Tannen, die waren sich gewohnt, sich an andere anzulehnen. Die sind so dicht aneinander gestanden, die haben nur ganz oberflächliche Wurzeln gehabt und da ist der größte Teil dieses Waldes wurde umgedrückt, weil die Wurzeln nicht hielten und das ist mir zu einem Bild geworden, weil Jesus Gott, der uns liebt, Sachen in unser Leben schickt, die uns wehtun, Stürme, die uns hin und her werfen, aber schlussendlich bewirkt das, dass unsere Wurzeln tief vergehen, tief vergehen wie eine Wettertanne, die vielleicht schon hundert Jahre an diesem exponierten Ort stirbt und von vielen Stürmen und Schnee und Hagel bewegt wurde, aber immer noch dort steht, weil sie tief verwurzelt ist. Menschen, die durch Stürme gegangen sind, die sind mir selber auch schon viel zum Segen geworden. Wenn ich so denke an Menschen, die so viel Schweres erlebt haben, wie sie heute dastehen und ein so grosses Vorbild sind. Menschen werden durch Anfechtungen und Stürmen zum Segen für andere. Ein Liederdichter hat es mal so ausgedrückt in einem Refrain Mach mich zum Segen für andere heute. Mach mich zum Segen zu jeglicher Zeit. Nimm hin, Leben, dir ganz ergeben, mach mich zum Segen für andere heute. Ist das all unser Gebet, dass wir einen Wunsch haben, einen Segen zu sein im 2024. In diesem Text haben wir dann weiter gelesen, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt hat, nämlich der Seelenzeligkeit. Wisst ihr, diese lebendige Hoffnung, die ich am Anfang erwähnt habe, das ist das Ziel, das wir immer wieder im Auge haben, einmal bei Jesus zu sein, bei ihm in der Herrlichkeit zu sein, wo kein Leid, kein Schmerz, keine Angst, keine Träne wird sein. Und bis dann denkt daran, Gott ist nicht nur ein Gott der Vergangenheit oder der Zukunft, sondern Gott ist auch ein Gott der Gegenwart. Er hat gesagt, er bewahrt uns durch seine Macht. Vertrauen wir ihm? Vertraue ich ihm? Mit dieser lebendigen Hoffnung im Herzen kannst du getrost, darf ich getrost in das Jahr 2024 gehen. Aus diesem Schatz, den Jesus Christus in dein neues Leben gelegt hat, wird auch das Jahr 2024 für dich, für mich und für viele andere zum Segen sein. Wir haben ja ein Jahreslos für das 2024, das heisst, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, steht in 1. Korinther Kapitel 16 Vers 14 und mir wurde so wichtig, wisst ihr, dieses Geschehen aus Liebe, alles, was wir tun, das soll und darf und muss auf dieser Grundlage sein, die Jesus in unser Herz gegeben hat. Wisst ihr, aus dieser Grundlage kann ich alles, was ich tue, aus der Liebe tun. Selber werde ich das nicht schaffen, auch im Jahr 2024 nicht. Aber mit Jesus Christus, in der lebendigen Hoffnung, die er durch seine Auferstehung uns gegeben hat, kannst du und kann ich aus dieser Liebe, die er uns geschenkt hat, weitergeben. Und Gott möge in deinem und meinem Leben diese Liebe, diese Hoffnung zum Segen werden lassen für dein Umfeld, für die Menschen, die um dich herum leben. Und so möchte ich mit einem Gebet abschliessen. Herr, ich danke dir, Herr Jesus, dass du auferstanden bist. Ja, du bist gestorben für unsere Schuld, für meine Schuld. Du hast alles bezahlt, du hast Vergebung geschenkt. Aber du bist auferstanden und lebst. Und danke, lebst du heute in jedem von deiner Kinder, durch deinen Geist. Und darf diese Hoffnung lebendig sein, auch im Jahr 2024. Und zesegne uns ein Jedes, ein Jeder, der zuhört, dass wir gesegnet sind und zum Segen sein dürfen für unser Umfeld. Amen. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, am nächsten Sonntag, um die gleiche Zeit, auch wieder die nächste Online-Predigt zu hören. Der Herr segne euch. Amen. Amen.